Die Frage ist was wir jetzt tun. Ich überlege gerade, ob wir hier ein bisschen aufräumen und dann mal zu dem Typen hier reingehen. Der ist so schön in der Nähe vom Leuchtfeuer. Ja doch, stimmt, können wir machen. Ja gut, was heißt denn in der Nähe vom Leuchtfeuer? Ich würde mich jetzt nicht damit reinstürzen, um die paar Seelen, die du jetzt sammelst, zu holen. Boah, Alter, wie die dir einfach nichts mehr entgegenzusetzen haben. Das ist schon heftig, wie der der Schaden zunimmt. Er hat kein Bock auf das Schwertgarten, hat es schwer gesehen, auf Wack weg, weg hier. Ja. Nein, ich komme nicht weg, ich häng fest. Nur so. Oh, sehr geil. Hallöchen möchten Sie von meinem Schwert probieren? Du schon wieder, komm her, du Wurm. Oh. Hui. Ka-ching. Also das ist wirklich ein schönes Gefühl, wenn die Gegner so schnell fallen. Ja. Zwei Schläge. Wie viele haben es vorhin? Fünf? Vier? Und vor allem, das zieht auch kaum, ähm, überhaupt nicht mehr Ausdauer. Das ist genauso viel. Alter Schwede. Das ist geil. Ja, Köder ist überbewertet. Obwohl, hat nur eine Bewertung bekommen. Boah, war der wieder gut. Okay. Da ist eine Nachricht. Glaubst du, du kannst sie lesen, bevor der auf dich zurennt? Ja, komm. Wow! Von wo kam das denn? Fuck! Wollt ihr mich verarschen? Ähm. Schieß den mal mit dem Bogen ab. Wo denn? Ne, den vorne, der da steht. Von oben kam anscheinend irgendeiner... Ich wüsste gern, wie man da hochkommt. Ähm. Hä? Ein Pfeil? Oh, vierzehn! Okay. Alter, der sieht böse aus. Der sieht richtig böse aus. 97, immerhin! Na, es geht. Das kann nicht so wenig. Also... Wobei ich... Das bezweifle, dass du das blocken kannst. Aber muss man ja nicht, wenn man ausweichen kann. Na, es geht, der Schaden von ihm. Ja, der Schaden ist... Hey! Hör auf! Nice! Okay. Der war... Das war aber kein Boss oder so, ne? Kleine Scherbe. Die Frage ist aber... Der war so ähnlich wie der Ritter. Also wird der wohl auch nicht mehr auftauchen. Schätze ich mal. Ja, der Sta... Ah, da hinten ist was. Aber... Ich hab Angst. Nicht nur du. Da oben sind irgendwelche Zauberer. Glaubst du, du kannst links oder rechts irgendwie, ähm, langlaufen? Schau mal. Schau mal. Da hinten... Ne, warte mal. Das ist nur der kleine Aufstieg hier. Ah, da geht's hoch. Guck mal an. Okay, lass ich mal schauen. Ah, da oben. Da steht er. Da steht der Mark. Ja, der sieht ja auch cool aus. Der sieht fett aus, ja. Willst du den mal abschießen? Ich meine, du hast einen guten Winkel. Ungefähr. Ja, ich glaube, ich schieße wieder gegen irgendeine Säule. Ja, das kann natürlich sein. Ich glaube, ich versuche es in den Nahkampfen. Pass aber auf, nicht, dass da irgendwas... Achtung vor dir, Feind. Ja, sehr gut, dass das immer hier steht. Ah. Na, komm mal her, Schätz hinein. Na los. Da ist... Da ist eine Säule im Weg. Ich weiß nicht, ob du das merkst, aber da kann man nicht durch. Wie es dir nach runter gefetzt hat. Und tschüss. Hi. Sehr schön. Ja, Dios, amigo. Hm. Das ist ein... Aufzug. Ne. Doch, klar, das ist ein Aufzug. Oh! Nein! Nein! Verdammt, ich dachte, das ist eine Zelle oder so. Ich wollte doch... Mann. Es geht so tief runter. Die Aufzüge in Dachs soll es gehen immer tief runter. Ich hab Angst. Oh! Das sieht aber nett aus. Das ist der Shortcut zum Anfangsgebiet! Nice! Äh, hoffentlich komm ich auch wieder zurück. So auf alle Fälle. Aber ja, guck, das ist das eigene... Cool! Boah, Alter! Okay, wer hätte das gedenkt? Ah, der andere steht wohl jetzt unten. Ja. Nice! Ja, okay. Sehr gut! Wunderbar! Hey, ich find's so faszinierend, wie... wie viel bunten das alles ist miteinander. Ja. Die Glocke... Wir sollten doch auch ne Glocke läuten, oder? Ja... Oh, das ist dunkel. Ah, da ist ein Magier! Guck mal! Der tanzt! Wow! Alter! Da warst du One-Hit! Das war... Okay. Ja, ne, damit... Ne... Ne, ne, damit hab ich nicht gerechnet. Scheiße! Das ging jetzt schnell. Du darfst euch hoch in Seelen holen. Ach toll. Ja, das dürfte noch vor der Tür liegen. So lange der blöde... Jetzt kommst du auch mal in den Genuss des Drachenschwerts. So lange der blöde Dicke nicht... äh... Nicht wieder da ist, ist ja erstmal alles gut. Ne, aber ich glaub tatsächlich, dass da oben auf... Oder... was? Ne, da oben nicht. Aber ich glaub tatsächlich, dass es hier oben... ...dann den Fight gibt. Bin mir aber grad nicht ganz sicher. Ja, ich glaub dir einfach mal in Dark Souls gibt's irgendwie überall Fights. Ja, das stimmt. Bam! So gut! Oh, ist das Schwert geil! Komm mit, Kleiner! Das ist doch ein schönes Schwert! So, jetzt versuch ich mal... Jetzt dann so auf ihn zuzulaufen... Oh, guck das auch! Noch eine Chance! Bam! Ah! Was für ein Segen! Da so durchlaufen zu können! Die Frage ist, wie lange hält dieser Schub? Es stimmt! Das wird wohl nicht lang dauern, bis... äh... ...ebenbürtige Gegner kommen... ...die du nicht einfach so zerackstückeln kannst. Hm... Alter, mit dem starken Schlag brauchst du einen Hit bei dem Typen. Und der Typ bleibt weg, okay. Huh! Wieso schlagt der alle durch Wände? Das ist ein Cheater. Huh! Der hat jetzt überlebt, guck dir den... Hast du einen Schwerenschlag da noch? Ja. Okay. Der hat doch nur noch ganz wenig Leben gehabt. Okay, also der dicke Typ ist natürlich nicht mehr da. Wie erwartet. Bam! Nicht übel. So. Okay, hier oben war ja noch einer. Genau! Ich seh schon, du hast aufgepasst! Ach, komm mal her! Ach, komm mal her! Was haben die mit der Säule? Warte mal. Hat... Hat... Ist sie irgendwie... Guck dir mal, die wirklich hübsch ist. Das ist die Säule, wenn du die... Wenn du die kaputt machst, dann stürzt das ganze Haus ein. Selbst das Drachenschwert ist nicht so stark wie die Säule. Oh mein Gott! Blut! Scherben! So, wie sieht das hier auf der anderen Seite des Raums aus? Ist da auch was? Ja, da geht's wieder raus. Ah, das ist der Eingang da. Genau. Ich komm wahrscheinlich nicht rechtzeitig hin, ne? Wenn ich da stehe, dann... Ich weiß halt nicht, ob du es überlebst. Ja eben. Weil er hat schon recht viel Schaden gemacht. Auf die Distanz auch. Ich würd halt erstmal die Seelen zurückholen, bevor ich's probier. Jo. Mach ich auch gleich. Oh, halt. Okay. Es geht aber. Warum hab ich ihm auch nicht so wenig Schaden damit gemacht? Ja, es geht. Was geht? Der hat dich da nicht getroffen. Faszinierend. Nice! Jetzt sind da oben halt noch die ganzen kleinen Viecher. Ja gut, einmal in dem... Aber ich kann dir jetzt das Item holen, ne? Ist richtig. Ah, sehr gut. Ich hoffe, dass der auch für immer weg bleibt. Sonst wär das ätzend. Feuerhüterseelen. Feuerhüterseelen. Cool. Ui. Ja. Wenn die richtig stehen... Oh, guck mal was das ist. Brauchst Eid. Und ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht. So sieht's aus. Pass auf, Draken. Ach mein, der... Heißt der Magier so? Keine Ahnung. Draken? Draken. Draken Malphi. Draken Malphi? Schleichweg. Ah ja. Höhle. 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 Oh, was das? Das ist so glitzerfisch. Ein Überbleibste. Das ist anwesend. Das ist anwesend. Was ist das? Weiß es nicht. Trefft man an. Vielleicht passiert ja was. Ne. Das war einfach nur... Achtung. Das war's... Was tut es nicht? Ja, das kann sein. Das war Achtung. Alter, spack doch nicht so ab. Komm doch mal hier raus. Einer nach dem anderen. Läuft. Alter, dieses Schwert ist so gut. Es ist der Hammer. So, was erwartet mich jetzt hier nach oben? Das ist die Frage. Was? Nicht looten. Kein Loot. Dreckig. Tschüss. Aber du kannst rechts oben noch langlaufen. Nein, ich wollte ihn nur runterschmeißen. Achso. Arschloch. Okay. Am Ende fällst du noch selbst runter. Was ist das denn jetzt? Das Schwert ist ein komischer Fehler. Ja, am Ende würde ich eh runterfallen. Stimmt. Okay, da geht's lang. Da geht's in so einen Raum. Und hier geht's wahrscheinlich weiter. Ja, da geht's noch oben. Okay. Das kann ich alles kaputt machen. Was ist denn das? Was ist denn das? Ja, willst du was bringen hier, was kaputt zu machen? Ja, da findest du halt hier nicht so viele Items. Na, da geht's auch weiter. Da geht's auch weiter. Ist da nicht jemand hin? Da steht jemand, ja. Ah, das sieht aber noch ein ganz normaler aus, oder? Ich weiß es nicht. Der läuft so zielstrebig auf uns zu. Ja, das ist ein ganz normaler. Na, komm mal her. Hier haben wir mehr Platz. Das war ein harter Schlag. Wow! Das war auch ein harter Schlag. Da hat er einfach mal abgeblockt.